Auf geht's zu einer neuen Tour! Der ganz normale Wahnsinn in den Süden. Mautstelle Sterzing, alles steht! Juhu! 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 Das ist einfach da doch eines, oder? Ah, ja, darf ich? Das ist nicht deutsch von irgendwo, der Ding. Heim ich bloß. Jetzt musst du doch nicht mehr wechseln. Ja, drei Stunden, oder? Sie sind da auch eingegangen. Ja, rechts, schön gemacht, so. Das ist der Camping, oder? Ja. Ja, das ist der Camping. Du hast ein tolles Ding, oder? Ja, das war schon mal, da hättest du in die Zeit gebraucht, kann schatten, da fahre ich jetzt da auch weg, gell? Man glaubt gar nicht, dass es so schattig ist, ja? Da hat man mitgestört, gell, 14. Jetzt bin ich auch da. Da, meine, sind wir da, letztes Mal da, bei denen, meine, sind wir gestanden. Ach, da ist ja eh nicht schattig, was hat sie denn? Oder? Ist ja der jetzt da drin, oder? Das ist der, ja. Und das geht ja wohl, oder? Ja, also, ich könnte jetzt nichts... Ähm, jetzt fahre ich manchmal vorwärts eigentlich, da braucht man vielleicht gar keine Keile. Ja. Und so rüber nachher, gell? Mit dem Ausstieg. Wo ist denn die Sonne jetzt? Die ist da, eben, da hast du Sonne. Dann schießt, hast du nämlich keine Sonne. Du weißt das, Mann. Aber das ist wohl nicht Sonne, ich glaube, das hat sie nicht. Ja, die Bäume sind noch nicht so hoch. Oh, schau mal, mit viel oben. Ja. Wieder vom Westen. Das Übliche. Unsere Nachbarn. Na, weiß eh mehr. Da ist es auf jeden Fall warm, gell? Ich muss noch ein bisschen filmen. Irgendwie schief. Guck mal, gerade wollen mit den Freunden. Wie? Ich sag so, macht Radlfahren wieder Freude. Ja. Ja. Wie hat es die hiere. War ultras sind unseresowych. Wie hat es wirklich und wie hat es plein aus. Neumarkt, Aua. Schzipge. N robi lang. Naja, das stauscht aber nicht da oben, Renate. Aber das sind ja richtig alte Lauben, gell? Ja. Das ist das einzige Ding, wo eine Sonne hinscheint, gell? Wirst du das sehen? Oh... Ja. Kein Problem. Jetzt hat es am Schoppen schon nicht so viel Renate, glaube ich. Jetzt fahren wir mal links an. So, schöne Radtour. Wie heißt das da? Flamestallradweg. Jetzt fahren wir fast Schnee in der Sonne. Wegener die Brüche. Und finden sich nicht gleich noch. Aber mit der Früche. Dann lassen wir uns noch einmal ein! So geht's an, also geht's da, können wir doch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und weiter geht's! Und weiter geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ist jetzt wieder warm, gell? Oh, ist jetzt wieder warm. 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 Oh, ist jetzt wieder warm.